An einem Herbstnachmittag stand ein Anglerlein auf seinem Boot, war guter Dinge und fischte aus Leibeskräften. Er nahm den Spintail aus seiner Tasche, hakte ihn an und warf und warf und warf. Als jedoch nichts anbeißen wollte und er einen Schwarm Kleinfische sah, machte er sich auf, diese zu befischen. Schwuppdiwupp konnte er einen nach dem anderen fangen und am Ende waren es sieben. Und die Moral von der Geschichte? Lieber sieben kleine Rappen in der Hand, als gar keinen fangen. Musik 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 Und der nächste Mimila Musik Kleiner geht es ja kaum noch Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Und wo ist dick? Sieben auf einen Streich. Da erinnert mich irgendwie an das zappbare Schneiderlein. Untertitelung. BR 2018